Vielen Dank, Tom Bartels, für die letzten Stunden und ein noch größerer Dank an die deutsche Mannschaft. Mehmet, ja, der vierte Stern ist da. Wie geil ist das denn? Wie geil. Und dann noch so kurz vor Schluss, ich bin fast durch geschlossene Fenster gesprungen. Gott sei Dank war das Panzerglas. Wir zeigen mal einmal hoch, so wird das Trikot der deutschen Nationalmannschaft demnächst aussehen. Der vierte Stern ist da. Und auch das FIFA-Logo in Gold. Mehmet, wie ist dieser Sieg überhaupt? Ja, steck's ein. Wie ist dieser Sieg noch möglich gewesen, so kurz vor Schluss? Es war fast wie 1990, war auch fünf Minuten vor Schluss, jetzt waren es sieben Minuten vor Schluss. Das ist ganz typisch für Mannschaften, die an sich glauben, die zusammengewachsen sind. Und sicherlich, wenn man jetzt das Spiel analysieren will, das kann man im Prinzip nur emotional, weil auf beiden Seiten viele Fehler passiert sind. Und am Ende hat die Mannschaft gewonnen, die das Siegen in diesem Turnier gelernt hat. Die gemerkt hat, okay, man kann nicht nur schön spielen und gewinnen, sondern manchmal muss man auch mal 1-0 gewinnen und man spielt halt nicht so schön. Und darum geht's jetzt in diesem Turnier, dass sie bis zum Ende an sich geglaubt haben, eine Einheit waren und sind auch verdient Weltmeister geworden. Und dann mit so einem herrlichen Treffer. 113. Spielminute. Es war ein Joker-Tor in der Kombination. Nämlich André Schürle kam ja auch rein, relativ früh allerdings für den verletzten Christoph Kramer und dann tankte sich durch. Genau, dieser Willen, Willen in der 120. und in der 150. so einen Lauf zu machen, den Pass rein zu chippen und das ist natürlich fantastisch. Das ist unfassbar, in diesem Moment diesen Ball so zu verarbeiten und gleich zum Abschluss zu kommen. Das zeigt die unglaubliche Qualität von Götze. Großartig, dieser Ball aus der Luft. Das können, also es können nur bestimmte Menschen, es können auch Kinder probieren, das 18 Jahre zu trainieren und werden es trotzdem nicht hinkriegen. Das ist eine außergewöhnliche Begabung, die uns da zum Weltmeister macht. Ich kann ja jetzt mal verraten, du hattest die ganze Zeit gesagt, pass auf Leute, hier gleich passiert noch was. Die deutsche Mannschaft war kurz vor Ende der regulären Spielzeit am Drücker. Und das meine ich mit Reife. Sie haben die Argentinier, die immer müder wurden und das konnte man sehen. Guck dir diese Bilder an, ist das genial oder was? Wahnsinn. Es haben sich immer nur noch zwei, drei Argentinier bemerkt und die Deutschen haben immer wieder den Ball laufen lassen. Und dann war klar, irgendeine Situation wird noch kommen. Wir wollen die Spieler hören. Mats Hummels jetzt bei Jürgen Bergenheim. Weltmeister Mats Hummels mit der Goldmedaille steht hier. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Titel, Mats. Begreift man schon irgendwie? Ihr habt draußen gefeiert wie die Wilden. Ich bin einer von denen, die sich dann erstmal sammeln müssen. Das war bisher immer so. Das ist auch heute so. Also ich bin noch ein bisschen natürlich auch geschuldet der körperlichen Erschöpfung. Bin ich noch nicht ganz so weit, dass ich richtig feiern kann. Aber ich habe gesagt, ich lege mich ins Bett und feiere morgen. Aber ich glaube, dass ich auch heute vermutlich noch in Form komme. Nochmal ein Spiel, ein Finale, das ein Ausrufezeichen setzt hinter die mannschaftliche Geschlossenheit, die ja so sehr gelobt wurde in den letzten Wochen. Ja klar, man kann ja nur Weltmeister werden, wenn man als Mannschaft agiert. Das ist das, was wir da vorher mal gesagt haben. Was wir jedem klar machen wollten, was wir uns auch klar machen wollten, was wir geschafft haben. Ich glaube, dass heute das natürlich ein sehr ausgeglichenes Spiel war. Das vielleicht das Quäntchen Glück einfach zu unseren Gunsten ausgeschlagen hat. Aber ja, da haben wir natürlich kein Problem gehabt. Ihr wart oben auf der Ehrentribüne. Was hat die Kanzlerin gesagt? Also sie hat einfach, ich glaube, Glückwunsch gesagt. Sie hat noch ein bisschen was gesagt. Aber ich war, wie gesagt, ich bin noch irgendwo in einer anderen Welt gefangen. Ich habe das alles noch nicht so registriert. Deswegen, ja, ich glaube, sie kommt ja gerne in der Kabine vorbei. Eventuell sagt sie dann da noch was. Siegtor in der 113. Spielminute. Hat man doch dran geglaubt? Oder war man inhaltlich schon auf Elfmeterschießen gepolt? Ja, nicht gepolt. Aber man hat es natürlich schon ein bisschen erwartet. Das war klar, die Verlängerung verlief relativ ereignislos in meinen Augen. Also vieles nicht passiert, außer der Chance von Palacio, als ich unter dem Ball drunter her springe. Ja, einfach auch geschuldet dessen, dass beide Mannschaften wussten, dass ein Gegentor jetzt das Ende bedeutet. Und dann haben Schü und Mario das Ding natürlich relativ gut gemacht. Also habe ich mich auch mit anfreunden können. Und jetzt geht es bunt weiter? Ja, mit Sicherheit. Ich weiß auch nicht, was passiert. Ich habe mich vorher nicht damit beschäftigt, was jetzt danach an Feierlichkeiten ansteht. Es ging einfach darum, das Spiel zu gewinnen. Und jetzt kann man auch alles spontan auf sich wirken lassen in so einer Situation, denke ich. Viel Spaß dabei. Danke. Der ist ja noch völlig in der Wolke, oder? Wir jedoch auch. Ja, natürlich. Ich suche mich auch noch gerade. Ja, wir suchen die Buchstaben. Ist ja völlig egal. Wir lassen das erstmal auf uns wirken. Wir feiern die Mannschaft. Du hast gesagt, es war eine unglaubliche mannschaftliche Geschlossenheit. Das hat Mats Hummels gerade auch nochmal betont. Aber daraus zu Schlussfolgern, dieser Satz, den wir aus den 90ern kennen, nämlich... Vorsicht! Der Star ist die Mannschaft. Das wäre jetzt völlig verkehrt. Das ist auch hier nicht passiert. Was hier passiert ist, ist, Spieler sind individuell top ausgebildet worden und dann von unserem Bundestrainer zusammengesetzt worden. Zu einem Gebilde. So rum. Nicht ein Gebilde finden und dann sagen, jetzt gucke ich mal, was sie können. Sondern umgekehrt. Also schon die Spieler sind die Stars. Von mir aus auch die Trainer sind die Stars. Das Wichtigste ist, dass diese individuelle Förderung, diese Götzes, Özil, die jetzt alle nachkommen, da kommen ja Reus und da kommen ja überall Weltklassespieler nach, dass man es schafft, die zusammenzusetzen zu einem großen Team. Eine Riesengeste, fand ich, von Mario Götze, als er mit dem Trikot von Marco Reus den Pokal abgeholt hat. Das zeigt aber auch... Sie haben Respekt voneinander, sie haben Respekt miteinander und so gehört sich das eigentlich auch. Muss allerdings auch immer von den Trainern vorgelebt werden und in dem Fall wunderbar. Können wir also einen besseren Bundestrainer gibt es nicht. So, ich empfinde nach wie vor die Szene dieses Spiels und dieses Endspiels wahr. Draußen liegt ein Bastian Schweinsteiger, der sich, glaube ich, hat tackern lassen oder sogar nähen lassen. Man weiß es nicht, wir haben es von hier oben nur sehen können, weil es die internationalen Kameras nicht gezeigt haben. Der zuckte immer mit den Beinen. Das waren wahrscheinlich brutalste Schmerzen. Ja, Basti ist hart im Nehmen, also mache ich mir keine Sorgen. Unten wurde schon per Mertesacker mehr oder weniger reingeschoben und Memmels stand hier oben und hat gesagt, wartet ab, wartet ab. Und als dann kurz die Nadel fallen gelassen wurde, stand Bastian Schweinsteiger auch schon wieder senkrecht an der Linie und hat gesagt, es geht weiter und ist weitermarschiert. Trotz Krämpfen, aber auch nicht nur Basti. Basti ist natürlich jemand, an dem sich die anderen auch aufrichten können. Ebenso Semmike Dierer im letzten Spiel, Boateng, unglaublich heute, Hummels, unglaublich. Höwedes hat seine Seite geschlossen, auf der anderen Seite Philipp Lahm. Wahnsinn, wo nimmt der Junge diese Energie her, diese Kraft? Und dann macht er keine Fehler. Und im Spiel nach vorne, das ist fantastisch. Wir werden gleich alle noch aufzählen, weil alle 23 hier einen Riesenjob gemacht haben. Und jetzt sind wir unten wieder in den Katakomben bei Bastian Schweinsteiger. Hoffentlich kann er noch reden. Nach dem Fall. Im Moment sind wir live dabei, wenn der Lukas Modolski kommt. Wir gucken uns den Pokal mal gemeinsam an. Jawohl! Schallenwenz, Memmels, Schallenwenz! Der Gruß, Wermel Scholl, Glückwunsch an euch beide Weltmeister. Bastian Schweinsteiger, Weltmeister, Lukas Modolski. Ein Ding, was man erstmal in irgendeiner Form bearbeiten muss. Absolut. Jetzt können wir das nur reden. Wir genießen den Moment unglaublich. Und danke an ganz Deutschland dafür die Unterstützung. Wir haben das gespürt hier, wie er hinter uns standet. Und heute wird, glaube ich, überall gefeiert. Und Luki, wir geben Vollgas heute. Und jetzt haben wir das Ding geschafft, worauf wir daran gearbeitet haben. Und ja. Ihr guckt alle immer auf den Boden von dem Pokal. Ist da irgendwas Besonderes? Bei mehr als 8. Das sind, da gucken wir auch mal drauf. Da haben wir die Gelegenheit mal, all die Titelträger eingraviert. Jetzt kommt Deutschland wieder dazu. 2014. Bastian, die Wunde geht wieder leicht auf im Auge. Es war mehr als so ein hartes Spiel. Gerade für Sie in der Verlängerung. Ich glaube, Sie haben es nur noch abbekommen. Ja, aber das gehört dazu. Da muss man sich einfach reinhauen. So ein Spiel spielt man nicht so oft in seinem Leben. Und auch wenn man einen Krämpfwert oder mal einen Foul abbekommt, man muss weitermachen. Und das habe nicht nur ich gemacht, sondern jeder von uns. Und unglaubliche Leistung. Aber wie die Jungs von der Bank mitgegangen sind, ich habe sowas noch nie erlebt. Es gibt so viel Power. Und nur deswegen haben wir auch den Pokal hier gewonnen. Als Semikadira kurz vor Spielbeginn ausfiel, haben Sie sich gesagt, okay, da muss ich noch mehr kompensieren jetzt? Nein, Christoph hat das super gemacht. Als er reinkam, er hat zwar nicht lange gespielt. Das Aufwärmprogramm war ein bisschen wenig, glaube ich, heute. Also er hat super gemacht. Bis zum Check ins Gesicht. Danach war es schwindelig? Oder wie sah das aus? Außer warum, weil er in seinem Training schon einen Ball gegen das Gesicht bekommen hat. Da war er schon weg. Dann ist das zweite Mal. Ja, an viele kann ich mich nie mehr erinnern. Aber ist doch egal jetzt. Aber an die Sieger herum. Ja, an die kann ich mich noch erinnern. Kann ich noch jemanden grüßen eigentlich? Okay, pass auf. Meine Eltern und mein Bruder, lieben Gruß. Ihr seid die Wichtigsten. Und ganz lieben Gruß nach München. Geht ab heute. Gärtnerplatz, Glockenbachviertel. Und auch... Gibt es nicht mehr in München. Grüße nach Köln. Feiert. Nimmt Köln auseinander. Kriegst du noch einen Gruß an Solingen? Nee, ich muss einen Gruß an meine Oma senden. Meinen Gott. Weil, ja, weil, 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 die hat nämlich Geburtstag, konnte sie nicht erreichen, war schon noch wahrscheinlich am Schlafen. Also alles Gute nachträglich an dich, Oma. Ja, und ganz, ganz spezieller Gruß wirklich an einen Mann, der, ich glaube, ohne den würden wir alle nicht hier, das ist Uli Hoeneß. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und wir glauben immer sehr, wir glauben daran, dass alles gut wird und wir unterstützen Sie sehr. Vielen Dank alle. Also, viele, viele Grüße und euch viel Spaß. Jetzt zeig es ihm Scholli noch mal. Ich zeig Ihnen noch mal. Ich zeig Ihnen noch mal. Also, viel Spaß euch beim Feiern. Dann und zurück nach dem Studio oben. Ja, nach Rio, Jürgen. Wir sind in Rio. Vielen Dank an die Jungs, vielen Dank Jürgen Bergener. Ja, Mehmet, da haben Sie dir eine lange Nase gezeigt. Du hast ihn nicht, aber du freust dich tierisch für die Jungs und bist auch stolz auf sie, weil, man muss ja auch sagen, Bastian Schweinsteiger hast du ja auch ein bisschen miterzogen damals, als er dann aus der Bayern-Jugend kam. Ja, ich habe von Lothar Matthäus Klaus Augenthaler auf die Ohren gekriegt, eher von uns und ich hoffe, dass er das jetzt auch nach unten weitergibt und den, weil wir machen ja oft den Fehler, dass wir die Jungen in den Himmel heben, die noch nichts erreicht haben und die Alten sägen war, nein, es muss umgekehrt sein. Die Alten hochhalten und den Jungen so ein bisschen auf die Füße treten. Die waren ja ganz schön frech jetzt. Ja, sehr frech, aber völlig zu Recht. Na, aber mir ist auch gleich eingefallen mit seinem Auge, Basti, da hättest du den Rest auch gleich nähen lassen können. Das hätte man auch machen können. Nein, bin stolz auf euch Jungs. Und die Oma Kramer freut sich hoffentlich auch und wir schalten jetzt mal rüber nach Berlin. Sarah, was ist denn auf der Fanmeile los? Ja, Matthias, also die Fans hier, die sind mindestens so gut drauf wie Schweinsteiger und Co. Also ich hätte das nicht gedacht, so eine Stunde nach dem Spiel ist hier echt noch immer die Hölle los. 500.000 Leute waren ja heute hier. Die sehen sich jetzt übrigens gerade selber alle auf der Video-Wall. Deswegen freuen sie sich nochmal mehr und winken vielleicht ein bisschen nach Rio. Dass überhaupt diese Fanmeile hier, ja, wir zeigen mal die Video-Wall genau. Also wir sind jetzt hier alle drauf und Berlin sieht sich selber im Ersten. Das ist doch wunderbar, dass die Fanmeile hier so pickepacke voll war und das schon seit 18 Uhr. Das ist ja schon sensationell. Dass dann hier alle ausharren, trotz Regens, trotz 120 Minuten Hochspannung, das ist auch schon eine Leistung, finde ich. Aber dass jetzt hier um, ja, Viertel vor eins deutscher Zeit immer noch alle da bleiben und keiner nach Hause will offensichtlich, finde ich wirklich weltmeisterlich. Hier wird ein Song nach dem anderen gegrölt, gefeiert und alle sind richtig stolz und glücklich, dass wir Weltmeister sind, ja, und man sieht das, glaube ich. Also von Müdigkeit gar keine Spur, also die Kondition der deutschen Fans, die hält noch an. Und das ist auch gut so, denn genau hier wollen wir ja am Dienstagmorgen dann weiterfeiern. Also ich kann eigentlich gleich hierbleiben, würde ich vorschlagen. Denn ab Dienstagmorgen 8, 9 Uhr werden die nächsten Verrückten wieder herkommen, oder vielleicht schon noch viel früher, und weiterfeiern, wenn dann die deutsche Mannschaft hier sich bei den deutschen Fans bedanken möchte. Und dann geht das sicherlich genauso weiter, wie das jetzt wahrscheinlich noch die ganze Nacht anhalten wird. Mit diesen Eindrücken aus Berlin zurück nach Rio zu euch. Ja, vielen Dank, Sarah. Am besten, ihr bleibt alle da bis Dienstag, dann sind auch die besten Plätze nicht weg. Wahnsinn, was für eine Stimmung in Deutschland. Absolut berechtigt. Das war historisch vierter Stern, zum vierten Mal Weltmeister, 1 zu 0 wie 1990. Aber noch, fast noch härter erkämpft, weil die Argentinier richtig bockstark waren in diesem Finale. Die waren gut heute. Die haben ihr bestes Turnierspiel abgeliefert. Natürlich sind sie auch an die Grenzen gegangen. Sie konnten am Ende nicht mehr mithalten. Die Kräfte sind geschwunden. Und das war auch ausschlaggebend dafür, dass wir noch diesen entscheidenden Treffer erzielen konnten. Und Miroslav Klose, der liebevoll Opa genannt wird, zum Beispiel auch von Thomas Müller, der hat sich und auf seine Karriere die Krone gesetzt und ist jetzt im Gespräch bei Jürgen Bergenab. Herzlichen Glückwunsch, Miroslav Klose. Endlich mal die goldene, nicht die silberne wie 2002. Fühlt sich gut an. Ja, es ist einfach überragend. Ich glaube, das war heute das eine Häubchen. Einmal Zweiter, zweimal Dritter und das krönt natürlich alles. Es war Weltklasse. Miroslav, Sie saßen kurz nach der Siegerung unten am Spielfeldrand auf einer Mauer und haben den Kopf geschüttelt. Zeigt das ein bisschen, dass man so gar nicht begreifen kann? Absolut, ja. Ja, es war immer ein Traum, da oben zu stehen und auch von da oben mal runter zu schauen und nicht nur unten auf dem Rasen Applaus zu geben. Und das ist Wahnsinn. Also wirklich jeder Einzelne, die, die hier mitgearbeitet haben, hat es verdient. Also eine Riesentruppe. Die Frage wurde jetzt öfter in den letzten Wochen gestellt, aber so eine Mannschaftsleistung, nicht nur heute, sondern generell in den letzten Wochen, haben Sie in der Form, glaube ich, auch noch nicht erlebt. Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Deswegen spreche ich auch jeden Einzelnen an. Es ist unheimlich wichtig, dass man zusammenhält. Heute war ein sehr schwieriges Spiel und wir wussten, wenn wir Ruhe bewahren, wenn wir die einstiegenden Bälle in die Schnittstelle spielen, dann haben wir die bessere Qualität. Und das war Wahnsinn. Ich habe es Mario gesagt, bevor er reingekommen ist, dann in der Halbzeit, habe ich gesagt, ich habe gespürt, du machst das Ding. Und ich bin so froh für ihn. Er hat es wirklich verdient. Miroslav, Sie haben sehr, sehr viele Fans in Deutschland, haben uns sehr viel Freude bereitet. Deswegen die Frage, Weltmeister Miroslav Klose, denken Sie jetzt darüber nach, dass es der perfekte Zeitpunkt wäre, die Nationalmannschaftskarriere zu beenden? Ja, das weiß ich noch nicht. Also ich glaube, ich lasse das erst mal sacken und dann schlafe ich mal ein paar Nächte drüber und dann treffe ich eine Entscheidung. Wir wünschen eine richtige Entscheidung. Danke, Miroslav. Danke. Was wäre denn die richtige? Weiter machen. Weiter, immer weiter. Nein, ich glaube, es reicht. Also mehr geht ja auch nicht. Wo will er denn noch hin? Also wenn er weitermacht, ist er mit 38, ist er bei der Europameisterschaft. Mit 40 bei der nächsten WM. Ja, die Karriere ist großartig. Die ist jetzt gekrönt. Und Miroslav will ja noch ein paar Jahre auch weiterspielen noch. Ja, und vielleicht auch noch. Aber da braucht er nicht die Belastung auch noch von der Nationalmannschaft. Irgendwann auch dann mit einem durchgedrückten Rücken auch irgendwann mal eine Treppe hochlaufen. Also er hat natürlich einen Körper, der... Redest du jetzt von mir, wie ich die Treppen hochlaue? Ich weiß ja, wie du morgens aus dem Bett kommst. Aber bei Miro ist das... Der ist ja der T1000. Der besteht ja nur aus Stahl, oder? Das ist ja Wahnsinn, dass der das... Ja, aber es soll ja auch so bleiben, weil die letzten Jahre, die sind dann wirklich hart. Und da muss man auch extrem sein Leben darauf abstellen, sportlich leben, sportlich zu Bett gehen. Alles dreht sich dann nur drum, um dieses Niveau zu erhalten. Warum denn? Jetzt? Vielleicht dann auch irgendwann mal am Ende der Karriere feiern. Aber heute können Sie es auf jeden Fall. Ja, und er wird die richtige Entscheidung treffen. Miro ist sehr klug. Wer ganz viele Stunden auch in der Fitnesskammer verbringt, ist Jérôme Boateng. Und das zahlt sich aus. Auch heute wieder ein überragendes Spiel. Jetzt hören wir ihn. Weltmeister Jérôme Boateng. Herzlichen Glückwunsch. Ein wahnsinniger Zittel. Schon irgendwie verarbeitet? Ja, es ist unglaublich wirklich. Das Gefühl ist einfach Freude pur. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich bin überglücklich heute. Ich glaube, ganz Deutschland ist stolz auf uns. Und ja, wir freuen uns, dass wir Deutschland den Titel mit nach Hause bringen können. Was Sie da hinten geleistet haben, von ihren Sprints, an Zweikämpfen, war das so der Ausdruck dessen, was man sich heute vorgenommen hat? Ja, klar. Jeder wollte an die Grenzen gehen. Wir haben gesagt, wir müssen heute nochmal eine Schippe rauf tun, weil es wird nicht so wie gegen Brasilien. Argentinien hat sehr gut verteidigt, hat man heute gesehen. Wir sind wieder in die Verlängerung. Aber die sind müde geworden. Klar sind wir auch ein bisschen müde geworden, aber wir hatten mehr Luft. Und ich habe immer daran geglaubt. Und ja, Mario macht das Tor überragend. Und jetzt ist einfach feiern, bis es nicht mehr geht. Sie standen weit hinten bei dem Treffer. Wie haben Sie das wahrgenommen, als der Ball von Schürle kam? Ja, ich habe gesehen, dass Schür den Ball mit links gespielt hat. Das ist ja nicht so sein starker Fuß. Aber hat er super gemacht. Und Mario hat ja Top-Aktion und ja, Weltklasse gemacht. Heute darf er noch auf Ihren Schultern tanzen? Er darf heute, hier darf jeder auf meinen Schultern tanzen. Viel Spaß bei der Feierlichkeit. Danke. Okay, da muss er aber die Lendenwirbel durchaus trainiert haben. Auch eine sehr interessante Entwicklung, Boateng. Kam zu Bayern München, hat so ein bisschen mitgespielt, hat es nicht so ernst genommen. Irgendwann kam Kritik auch. Und er hat die angenommen. Und hat sich jetzt zu einem absoluten Weltklasse-Innenverteidiger entwickelt. Kommt keine Kritik an junge Spieler ran, woran sollen sie sich orientieren? Und er hat den Schalter umgelegt, hat zusätzliche Einheiten gemacht. Arbeit und Talent, beides zusammen führt immer zum Ziel. Und heute ist das Ziel erreicht worden. Weltmeister, die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Wahnsinn, das geht immer noch runter wie Öl. Und der Bundespräsident, der wird sich sicherlich auch sehr freuen bei Ralf Scholt. Der Bundespräsident ist bei mir, Herr Gauck. Es gibt diese raren Momente, nicht nur im Sport, sondern auch im Leben. Das gehört sicher dazu, was wir eben erlebt haben. Wie haben Sie es erlebt? Ja, es war ein Nervenspiel. Ich habe so gezittert und gebebt und habe gedacht, wo ist die Mannschaft, die Brasilien zu Hause 7 zu 1 niedergemacht hat. Und wurde immer besorgt. Ich war den ganzen Tag, die ganzen Wochen, war ich sicher. Und kurz vor dem Spiel kriegte ich irgendwie das Zittern und Zagen, na schaffen Sie es. Und Gott sei Dank hat es geklappt. Es gab besonders herzliche Szenen zwischen Ihnen und den Spielern, gerade bei der Siegerehrung. Beschreiben Sie mal, was da passiert ist zwischen Ihnen und den Spielern. Ja, das hatte ich mir natürlich nicht vorgenommen. Ich bin ja eigentlich Präsident und muss ein bisschen gesetzter wirken. Aber ich war so bewegt und emotional hin. Und neben mir saß ja die Kanzlerin, da ging es genauso. Und dem DFB-Präsidenten, also dem ging es wahrscheinlich noch viel stärker so. Aber wir waren einfach drin in dieser Woge von Emotionen. Und ja, dann ist die Freude so groß, dass man ihr Ausdruck verleihen muss. Und es war auch vorher, wissen Sie, kommen die Spieler der argentinischen Mannschaft, die ja auch so tapfer gekämpft hat und so gut gespielt hat. Und dann siehst du den leeren Blick. Und dann kommt dieser Wechsel, dieses Glücks. Und unsere waren auch schon so, standen auch schon so vor denen, die die Medaillen vergeben, wie die Argentinier heute. Und naja, so jetzt freut man sich, dass es so schön zu Ende gegangen ist. Das war ein wunderbares Turnier. Wir werden das niemals wieder in dieser Begeisterung erleben. Und diese Mannschaft war so großartig. Sie hatte Stars und war trotzdem eine Mannschaft. Das kann nicht jeder. Herzlichen Glückwunsch also. Und den DFB muss man ja auch beglückwünschen. Er hat ja nicht nur Stars, sondern unendlich viele Fußballspieler, die in den Vereinen Deutschlands spielen und trainieren und auch mal so werden wollen wie die hier. Also ich bin ganz glücklich. Ich danke an Brasilien, danke an die deutschen Fans, die hergekommen sind. Und vor allen Dingen danke dieser wunderbaren Mannschaft. Lassen Sie uns noch ein Wort über den Gastgeber verlieren. Brasilien, hat sich das Turnier aus Ihrer Sicht für Brasilien gelohnt? Das kann ich nicht beurteilen. Ich bin jetzt nur zum Finale gekommen. Ich habe von Europa aus, von Deutschland aus gelesen, wie im Vorfeld protestiert wurde. In diesem Land gibt es größere Unterschiede als in unserem Land. Und wenn gigantische Ausgaben gemacht werden und andere Menschen suchen das Nötigste zum Leben, dann muss es Widersprüche geben. Gott sei Dank ist während dieses großen Fußballfestes es nicht zu Eskalationen gekommen. Und da sind wir alle, alle Fußballfreunde der Welt sind dankbar dafür. Was ich besonders interessant fand, ist, dass Deutschland nach diesem super hohen Sieg über Brasilien hier im eigenen Land nicht Sympathien verloren hat und Aggressionen auf sich gezogen hat, sondern die Brasilianer haben unsere Mannschaft gewürdigt, kann man gerade zu sagen. Sie haben sich gefreut über die Jungs und haben gefunden, ja, das wäre schön, wenn wir auch mal so spielen. Also so haben wir auch einmal auf die Brasilianer geguckt. Und ich denke an die ganze Zeit, wo wir die so bewundert haben. Ich denke aber auch heute an ein Spiel genau vor 60 Jahren, 1954, als ich am Rundfunk saß und Rahn müsste schießen hören. Und heute bin ich hier auf der Tribüne von diesem herrlichen Stadion und erlebe diesen großartigen Sieg mit. Nein, es ist unbeschreiblich. Vielen Dank, Herr Bundespräsident. Und wir schauen uns die Szene jetzt nochmal an vom Abpfiff. Da sehen wir, jawohl, das ist ja eine La Ola in Perfektion. Die machen zu dritt eine La Ola und einer macht nicht mit. Ja, aber Dilma Rousseff gibt auch einen Gratulationskuss an Angela Merkel. Aber das war... Blatter hat auch mitgemacht, hat man aber nicht gesehen. Nee, das stimmt. Der Herr braucht das Kistchen dann immer noch unter den Füßen. Nein, ist doch schön, wenn alle so mitgehen. Wir sind ja auch abgegangen hier oben. Wahnsinn, das stimmt. Also es gibt auch... Und ganz oben ist man auch abgegangen, Mehmet. Gratulation von der ISS. Unser Astronaut Alexander Gerst, der hat sich selber... Das ist doch mal Heimarbeit. Ganz oben, unterm Dach, hat sich den vierten Stern angeklebt und gratuliert zum Weltmeistertitel. Und derjenige, der den entscheidenden Treffer vorbereitet hat durch eine tolle Aktion über den linken Flügel, den hören wir jetzt. André Schürrle bei Jürgen Bergener. Weltmeister. Weltmeister. André Schürrle Weltmeister. Nicht nur auf der Plakette, sondern auch in echt ein richtiger Weltmeister. A-Jugenddeutscher Meister war bisher das Größte und jetzt das. Unglaublich. 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 Ich kann es gar nicht begreifen, als der Schiri plötzlich abgepfiffen hat. Und ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Ich habe plötzlich, sind mir die Tränen gekommen, vor den ganzen Gefühlen und alles. Und ja, jetzt will ich einfach nur feiern. Wir sind unglaublich happy. Dieser Pokal ist so wunderschön. Und glaube ich, als ich ihn schon vor dem Spiel gesehen habe, die wieder geglänzt hat. Und jetzt in meinen Armen und in unseren Armen. In ganz Deutschlands Armen, morgen in Berlin und übermorgen. Unglaublich. Sie haben jetzt schon ein bisschen Wasser in den Augen, aber Sie haben auch maßgeblich, waren sie dann beteiligt. Vor allem an dem Siegtreffer. Eigentlich war es ja schwacher Fuß, mit dem Sie vorbereitet haben. Ja, ich sehe, dass für das Dribbling nur mein linker Fuß frei ist. Und dann versuche ich mit letzter Kraft, wir waren ja alle am Ende, und mit letzter Kraft irgendwie den Ball noch zu flanken. Und Mario steht perfekt und macht das unglaublich. Das Tor war unglaublich schön. Und danach kann ich mich an nichts mehr ändern. Wir nur noch jubeln, nur noch Emotionen, dann pfeift er ab und dann war ja alles vorbei. Gibt es irgendwelche Planungen? Ihr habt das schon draußen mörsmäßig gefällt, euch einige Sachen zugerufen. So in Blickrichtung der kommenden Nacht. Ich hoffe, wir werden auf jeden Fall keine Sekunde schlafen. Wir werden komplett durchmachen bis in den Flieger morgen, bis nach Berlin. Und dann mit den Fans noch eine Riesenfeier abreißen. Und ja, dann einfach noch ein paar Wochen weiter feiern. Viel Spaß und Glückwunsch nochmal, danke. Ja, das wird noch ordentlich in die Kondition gehen, aber das macht ja auch Spaß und ist völlig verdient. Und es gibt ein Tweet aus der Kabine von Jens Grittner, dem Pressesprecher des DFBs. Wir sind Weltmeister und guck mal, mit hohem Besuch der Bundespräsident, die Kanzlerin, alle sind da. Und nur Mesut Özil hat sich schon so ein bisschen was abgelegt, aber das hat Tradition, immer wenn die Kanzlerin kommt, hat er kaum was an. Ist es so? Ja, das weiß ich nicht. Er hat ja auch schon mal nur ein Handtuch, aber wahrscheinlich ist es nur porer Zufall. Ich habe es nicht beobachtet. Mir ist es nur jetzt an dieser Stelle aufgefallen. So, und der goldene Schütze des entscheidenden Tores, über den hat Bernd Schmelzer nochmal eine tolle Beobachtung. Da stand er dann und konnte das alles irgendwie nicht so richtig glauben. Was war denn hier bloß passiert gerade? Er, der Matchwinner, Mario Götze, eingewechselt für Klose, Deutschlands Jolly Joker also. Mit ihm kam nochmal richtig viel Schwung ins deutsche Spiel. Götze präsentierte sich lauf- und kampfstark wie selten, hatte gute 22 Ballkontakte und gewann 56% seiner Zweikämpfe. An drei Torschüssen war Götze beteiligt, sein zweiter Versuch saß. Nach 113 Minuten, Mario Götze machte Deutschland zum Weltmeister 2014. Ein Traumtor, zudem der fünfte deutsche Joker-Treffer in diesem Turnier. Der häufig kritisierte Münchner, plötzlich der Matchwinner. Zwei Turniertore mit 22 aufgestiegen in den Fußball-Olymp. Mario Götze, das 35. Länderspiel, das spektakulärste seiner Karriere. Heute hat er Fußballgeschichte geschrieben, der Mann mit dem goldenen linken Fuß. Mario Götze hat das entscheidende Tor gemacht in der 113. Spielminute. Wir warten natürlich noch auf den Bundestrainer. Jogi Löw unten wird gleich abgegriffen von Gerhard Delling. Vorher hören wir mal seinen argentinischen Kollegen. Alejandro Sabella, ich kann mir vorstellen, wie Sie sich jetzt fühlen, was Ihnen durch den Kopf geht. Und was können Sie uns sagen in diesem Augenblick? Große Traurigkeit, dass wir nicht gewinnen konnten. Wir hatten aber dennoch sehr stolz auf die Mannschaft. Ein ganz tolles Spiel gegen eine sehr, sehr starke Mannschaft. Und schon in der ersten Zeit hatten wir eigentlich ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Und deshalb sind wir alle sehr stolz auf die Mannschaft für das ganze Turnier. Die Menschen, die Medien haben diese Mannschaft ja anerkannt, als eine Mannschaft hier ein sehr großes, eine große WM abgeliefert hat. Ich denke, das ist vollkommen gerechtfertigt. Letztendlich ist dieses Ergebnis zweitrangig. Es war ein sehr knappes Spiel gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft. Zu einem Augenblick hatten wir auch sehr gute Chancen, zum anderen eben nicht so sehr. Und deswegen können wir zufrieden sein. Ich denke, beim Fußball gibt es auch oft Gefühle der Revanche. Haben Sie diese Gefühle im Augenblick? Nein, in diesem Augenblick nicht. Ich will erst mal bei meinen Spielern sein. Sie haben das verdient. Das ist eine tolle Umarmung der beiden Trainer. Und er hat hier wirklich auch Größe gezeigt bei diesem Turnier. Denn es wird gemunkelt, dass Lionel Messi nach den ersten 45 Minuten im ersten Spiel gegen Bosnien die ganze Taktik ein bisschen umgeschmissen hat. Und gesagt hat Trainer, wir müssen das anders machen. Er hat es, glaube ich, so verkauft, dass er diese wichtigen Spieler auch anhört. Aber sie sind ja weit gekommen. Und sie waren heute ebenbürtig. Und die Kräfte haben sie verlassen. Und im Endeffekt hat das den großen Ausschlag gegeben. Plus der Teamgeist der Deutschen. Wobei die Argentinier auch großen Kampf und Teamgeist hatten. Also es war ein Spiel auf Augenhöhe, das jederzeit in die eine oder andere Richtung hätte kippen können. Also es war wirklich ganz, ganz eng. Trotzdem, man kann sagen, ein verdienter Weltmeister, die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Auch wenn man sich das komplette Turnier nochmal vor Augen ruft. Und der DFB-Präsident Wolfgang Niersbach ist sicherlich auch unglaublich glücklich bei Ralf Scholt. Ja, der Präsident Wolfgang Niersbach ist bei mir. Die Spieler tanzen auf dem Rasen, so wie Sie 1990 mit Franz Beckenbauer auf dem Rasen getanzt haben. Wie war es heute? Also es war vom Gefühl her total ähnlich. Ich habe mich den ganzen Tag über gefragt, kommt dieses nicht zu beschreibende Glücksgefühl von 90? Kann man das wiederholen? Seit heute weiß ich, ja, es geht. War ähnlich spannend wie vor 24 Jahren, damals bis zur 87. Minute gewartet, als der Elfmeter von Andreas kam. Und heute die Einzelaktion, ja, was heißt Mario Götze, der hat bestimmt nicht seine Top-Leistung während des ganzen Turniers gebracht. So ein Moment, das ist also, ja, pures Glück, pure Freude und vor allen Dingen natürlich, ja, Stolz auch auf die Mannschaft und den Trainer. Jetzt sind Sie verantwortlich für das Ganze. Das ist ja auch eine Ehre für den Präsidenten und den Verband, der dahinter steht. Was ist das Wichtige? Woraus kommt diese Mannschaft? Ja, das ist letztlich der Erfolg der vielen gemeinsamen Anstrengungen, die wir im DFB unternehmen. Und zwar immer die Bundesliga und die Amateurbewegung, nenne ich sie, zusammen. Nicht wie in anderen Landesverbänden, wo man also gegeneinander arbeitet, wo die Beziehungen schlecht sind. Das ist ein Gemeinschaftswerk von allen und auch ein Gemeinschaftswerk mit Blick auf die Nachwuchsförderung. Es standen heute sechs Spieler auf dem Platz, die 2009 U21 Europameister geworden sind. Und wir wissen auch heute schon, dass weitere tolle Spieler nachrücken. Das ist, ja, ich kann das nur wiederholen, das ist nicht das Werk eines Einzelnen oder auch nicht das DFB alleine. Wir ziehen alle mit. Fußball ist ein Mannschaftssport, auch außerhalb der 90 Minuten. Maracaná-Finale am 13. Juli, das klingt magisch. Was bedeutet das und was wird daraus für den Fußball in den nächsten Jahren? Ja, also mehr geht ja gar nicht. Wir haben den 4. Juli Bern, wir haben den 7. Juli München, wir haben den 8. Juli Rom. Und jetzt haben wir auch den 13. Juli Maracaná als erste europäische Mannschaft auf dem amerikanischen Kontinent gewonnen. Und ich glaube, dass es wieder ein unglaublicher Ansporn ist für Jungen und Mädchen in die Vereine zu gehen. Im Sog der Weltmeisterschaft 1990 hatten wir 100.000 Neuanmeldungen, gerade von Kindern, die einfach nacheifern wollen. Und die heute auf dem Platz standen, ich sehe da gerade im Bildschirm Philipp Lahm noch in einem Interview, Die kommen ja aus ganz kleinen Vereinen, die haben ja nicht ganz oben top angefangen. Und das ist das Beste, was uns passieren kann, dass wir so über diese Top-Mannschaft, die 8 Wochen lang ohne den geringsten Konflikt auf dieses große Ziel hingearbeitet hat, dass die einfach Motivation, Anspruch gibt für nachrückende Generationen. Joachim Löw hat es möglich gemacht mit seinem Team, hat jetzt den Pokal. Meinen Sie, er ist in zwei Jahren auch noch der Trainer für die deutsche Nationalmannschaft? Ja, ich habe ja nie was anderes gesagt. Der Vertrag ist verlängert, hätten wir das nicht gemacht. Vermutlich mal würden Sie mich jetzt fragen, machen Sie es nächste Woche oder hat er andere Angebote? Nein, die Sache ist klar. Und er hat ja selber dieses wunderbare Beispiel gegeben mit Blick auf den spanischen Trainer Vicente Lelbosque. Der hat gesagt, also jetzt bin ich Weltmeister geworden und das nächste Ziel ist die Europameisterschaft. Und die ist 2016 in Frankreich. Feiern Sie schön. Vielen Dank, Prof. Niesbach. Das machen wir mit Sicherheit. Und das kann ich mir durchaus vorstellen. Und hier die Umarmung Wolfgang Niesbach und Joachim Löw. Ich liebe diesen DFB-Präsidenten. Der war früher Pressechef bei der Nationalmannschaft und ich hatte immer einen guten Draht. Also er hatte nicht nur ich, er hatte einen super Draht zu allen Spielern. Ganz, ganz schlauer, lieber Mann. Der auch gerade gesagt hat, es gibt ja noch Ziele für Joachim Löw. Europameister kann man auch werden. Aber ich denke mal jetzt die Angebote im Ausland, da hat man einen Weltmeistertrainer. Das könnte ihn natürlich auch reizen. Es kommt darauf an, was Jogi Löw möchte. Ich glaube, dass sämtliche Türen offen stehen. Will er reich werden, will er in der europäischen Spitze trainieren, die Angebote werden kommen. Oder sagt er, es wäre ganz schön nochmal Europameister zu werden. Auf jeden Fall ist der Druck weg. Er hat keinen Druck, nein. Es war eine Halbfinale-Generation oder eine Silber-Generation und jetzt ist daraus heute Gold geworden. Vor allen Dingen die goldene Generation ist ja, die Jungen sind auf dem Weg, das zu werden. Aber so ein Schweinsteiger-Lahm, was die jetzt schon an Kilometern auf den Reifen haben und immer noch marschieren und immer noch den Titeln hinterherlaufen. Es geht ja auch immer darum, ich habe selber Jugendliche trainiert und es geht immer um cool sein. Man will cool sein und die Haare und die Schuhe. Es ist cool, so zu sein wie Schweinsteiger und Lahm erfolgreich zu sein und so zu tun. Wieso? War doch alles ganz normal. Habt ihr was anderes erwartet? Das ist cool. Das würde ich den jungen Menschen gerne vermitteln. Und? Cool ist allerdings auch, wenn man nochmal rausschlappt und sagt, da sind noch so viele tausend Fans. Kevin Großkreuz und sagt, an die denke ich auch nochmal schnell und sage, jawohl bleibt im Stadion, wir sind auch noch nicht weg. Es ist übrigens ziemlich laut in der Kabine, wie uns gerade zugetragen wird. Die Kanzlerin hält noch ein nettes Pläuschchen mit der Mannschaft und es werden Lieder gesungen wie Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Das passt sowohl auf die deutsche Mannschaft als auch auf die Kanzlerin, die da ihren Arbeitsplatz hat. Aber das wird natürlich eine Monsterfeier am Dienstag. Ja, auch völlig zu Recht, liebe Leute in Deutschland, gibt kein Morgen, Vollgas. Ab nach vorne, ab in die Spitze und das Ding versenken. Ja, ab 9 Uhr live im Ersten, Mehmet, darfst du herzlich dabei sein. Das muss ich mir noch überlegen. Ich feiere auch lieber im Stillen. Du kennst mich doch. Ja, natürlich. Stell dir den Wecker und wie die deutsche Mannschaft weltweit gefeiert wurde nach Abpfiff, das hat Nadja Eckerler für uns zusammengefasst. Südamerikas Stimmgewalt zelebriert das Finale. Es geht nicht weiter. Hier im Maracaná, wo sich Ruhm und Ewigkeit vereinen, live, live bei uns auf Univision, wird Deutschland Weltmeister. Es ist aus, es ist aus, Deutschland ist Weltmeister. Zum vierten Mal Weltmeister rufen die Brasilianer von TV Globo wie einst Herbert Zimmermann. Wir müssen Deutschland kopieren, sagt Ronaldo. Sie haben ein Beispiel gegeben, dass man nicht nur mit Einzelspielern, sondern mit einer Mannschaft arbeiten muss. Und so klang das Tor im Vereinigten Königreich. Götze trifft für Deutschland. Er ist der coolste Mann in Rio, selbst die Kanzlerin hält nichts mehr auf dem Sitz. Ein symbolischer Schütze, einer aus der jungen und begabten Garde, bringt Deutschland in Führung. In den Schlussminuten des WM-Finales, so sagen die Kommentatoren der BBC. Javier Zanetti sagt, wenn man die Chancen gegen Deutschland nicht nutzt, dann wird es schwierig. Argentinien hat alles gegeben und danach wurde das Spiel entschieden durch ein großes Tor, von dem er glaubt, dass es allen gefallen hat. Und Gary Lineker zitiert sich selbst. 64 Spiele, 171 Tore, 20 Männer am Ball, 120 Minuten lang. Und am Ende, muss ich das wirklich sagen, am Ende gewinnt Deutschland. Ja, Gary, den Spruch kennen wir von dir und den benutzt er und hat ihn benutzt sehr gerne, auch während dieser Weltmeisterschaft. Und da sehen wir Joachim Löw. Ich glaube, auf dem Weg zu uns ins Kellerstudio, ist das so? Das sind die Live-Bilder. Also, wir werden draufbleiben, bis er die Tür aufmacht und vor ihm Gerhard Delling sitzt. Mehmet, der Bundestrainer, wir können nur spekulieren, wir werden ihn wahrscheinlich gleich hören, vielleicht auch zu seinen Zukunftsplänen, hat auch bei dieser WM sehr, sehr schlau agiert. War auch extrem ruhig, so ruhig, wie man ihn eigentlich selten bei einem Turnier lebt. Er war auch extrem flexibel und extrem flexibel nicht in dem Sinn, dass er hin und her probiert hat, sondern er hat im richtigen Moment umgestellt, hat reagiert, hat der Mannschaft ein neues Gesicht gegeben, eine neue Form und diese Form hat er beibehalten bis zum Schluss und damit ist er Weltmeister geworden. Manchmal sind es, liebe Fußballlehrer nochmal, ihr seid mein Running-Gag, Entschuldigung, oder sie feiern. Nein, manchmal, man muss nicht jedes Mal eine neue taktische Variante einbauen, sondern wenn sich Menschen wohlfühlen, Profis, sind sehr empfindsam, wie mit ihnen umgegangen wird. Ja, wie mit ihnen umgegangen wird. Wenn man sie dann laufen lässt, auch wenn man vielleicht eine andere taktische Idee hat, dann ist es besser, als wenn man die taktische Idee umsetzt und ein Gebilde auseinanderreißt. Und das hat der Bundestrainer perfekt gemacht. Glaubst du auch, dass, weil er ja auch ein schlauer Trainer ist, dass er auch die Mannschaft gefragt hat? Oder dass es auch Einfluss aus der Mannschaft gab, dass man gesagt hat, Mensch, Trainer... Ich glaube sicher, dass nach dem Algerienspiel hat sicher Gespräche... Konnte ja keiner zufrieden sein. Da war kein Führungsspieler zufrieden, kein Kreativer war zufrieden, kein Stammspieler war zufrieden oder Mannschaftsspieler. Das Trainerteam konnte auch nicht 100% zufrieden sein. Und wenn es da Gespräche gegeben hat, dann würde ich dafür plädieren, dass die uns alle überhaupt nichts angehen, sondern dass das in dieser intakten Gruppe bleibt. Entscheidend ist das Ergebnis und besonders das von heute Abend. Und es geht uns auch nichts an, wie es zu dieser Weltmeisterschaft gekommen ist. Wir würden es alle gerne wissen, aber wenn es in der Mannschaft bleibt, ist es okay. Kann der Bundestrainer ja selber entscheiden, ob er das heute preisgibt. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch an Joachim Löw und seinen kompletten Trainerstab zur Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Gratulation von hier oben, Joachim Löw. Und jetzt ihr beide da unten. Glückwunsch. Danke dir, danke, vielen Dank. Ja, Gratulation auch von mir, Joachim Löw. Vielen Dank. War sehr bewegend, hat man gesehen. Also bei vielen waren auch ein paar Tränen mit dabei. Freudentränen, Schmerzentränen zwischendurch vielleicht höchstens mal. Aber das hat sich nachher alles ausgezahlt. Erzählen Sie mal, es war ein schweres Stück Arbeit heute. Ja, das war uns eigentlich immer klar, dass die Argentinier natürlich alles irgendwie mobilisieren und alle Kräfte freisetzen bei so einem Finale. Klar, war ein hartes Stück Arbeit. Die Spieler sind weit über die Grenzen gegangen. Sie haben heute, sagen wir mal, so viel gegeben wie noch nie, um das zu erreichen, was sie noch nie hatten. Nämlich diesen Pokal mit nach Hause zu nehmen. Zusammengegeben, alle haben immer wieder darauf hingewiesen, es war dieser großartige Teamgeist. Und auch beim Feiern eben hat man das gesehen. Würden Sie sagen, das ist hier entstanden während der Zeit in Brasilien oder war das schon angelegt? Ja, wir sind jetzt, glaube ich, 55 Tage zusammen. Aber ich glaube, die Arbeit hat begonnen vor zehn Jahren mit Jürgen Glinsmann damals. Und wir haben das fortgesetzt. Wir haben alles dafür getan, um diesen Tag zu erleben. Und ich glaube, die Mannschaft hat es absolut verdient. Niemand hat es so sehr verdient wie wir. Das muss man sagen. Die Mannschaft hat einen unglaublichen Teamgeist entwickelt in diesen letzten Wochen. Sie war wirklich eine verschworene Einheit, die für diesen Titel gekämpft hat. Jeder Einzelne hat sich irgendwie auch verpflichtet, für die Mannschaft alles zu geben, für die Mannschaft alles zu tun, seine ganze Energie. Und das war sicherlich ein wesentlicher Grund, dass wir heute gewonnen haben. Aber es war am Ende schon fast so ein bisschen was wie ein Familienausflug, wenn ich die Bilder gesehen habe, wie Sie noch jede einzelne Spielerfrau dort selber auch beglückwunsch haben und die Sie beglückwunsch haben. Also da ist in der Tat eine ganze Menge zusammengewachsen, kann man gar nicht anders sagen. Ich habe nur beobachtet, in der Halbzeit zur Verlängerung sind Sie zu Mario Götze gegangen und haben ihn mal kurz ins Kinn gekniffen. Haben Sie ihm noch den letzten Tipp gegeben? Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass er irgendwie heute was Entscheidendes machen kann, weil der Mario ist ein Spieler, der Spiele entscheidet und der außergewöhnliche Dinge macht. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass er heute das Ding hier zu Ende bringt. War auch irgendwie fällig, nicht? Der war erst in der Mannschaft, dann haben Sie ein bisschen umdisponiert. Ist das etwas, was auch so langsam in Ihnen gereift ist oder ist Ihnen das schwer gefallen? Es gab ja auch zum Beispiel mit Philipp Lahm, er ist auf der Sechs, dann auf der Außenposition. Das ist ja eine Entwicklung. Wie schwer ist Ihnen das gefallen, da von der grundsätzlichen Marschroute abzielen? Es ist schwer gefallen. Am Anfang war es so, dass Basti Schweinsteiger und Semmy Khedira nicht zu 100% fit waren. Und da war die Maßnahme für mich klar, dass diese beiden Spieler nicht ein Turnier mit sieben Spielen bei dieser Intensität durchstehen. Das war mir irgendwie klar, dass wir irgendwie so ein bisschen diese Aufgabe teilen müssen. Am Anfang war es richtig, den Philipp ins Mittelfeld zu stellen, weil er ganz einfach auf dieser Position klasse spielt. Vor dem Frankreich hatte ich das Gefühl, die Mannschaft braucht jetzt vielleicht einen neuen Reiz und Khedira und Schweinsteiger sind jetzt dran. Jetzt haben sie irgendwie so ein bisschen Kräfte gesammelt bei den ersten Spielen, weil Khedira hat zweimal nicht gespielt, Schweinsteiger nicht gespielt. Und dann waren sie einfach auch bereit und dann war diese Maßnahme dann eigentlich auch richtig. Aber es bleibt dabei, es ist auch immer so eine Entwicklung und der Bundestrainer ist der, der am nächsten dran ist mit seinem Stab, der auch sieht, wer dann im richtigen Augenblick fit ist. Würden Sie sagen, das war jetzt so das i-Tüpfelchen auf das, was Sie bisher schon gemacht haben? Sie haben ja gesagt, zehn Jahre, ist das schon jetzt her? Sie sind in den zehn Jahren immer mindestens im Halbfinale gewesen. Was fehlte, war der Titel. Das erleichtert zumindest die Arbeit, oder? Ja, das macht es natürlich schön. Das ist eine Sache für die Ewigkeit, die ersten Europäer zu sein, die hier in Südamerika, in Maracaná, in Rio, in dem Fußballland schlechthin, dann auch, sagen wir mal, den ersten Titel zu gewinnen, den die Europäer jetzt gewonnen haben. Es war zehn Jahre lange harte Arbeit, klar. Wir haben uns aber in diesen Jahren kontinuierlich gesteigert. Wir sind immer besser geworden, haben immer an uns geglaubt und es war jetzt einfach auffällig. Aber ich meine auch für Sie persönlich. Für mich persönlich ist das natürlich auch ein toller Erfolg, klar, weil ich habe gesehen, dass die Mannschaft sich ja entwickelt. Das macht den Trainer auch zufrieden, wenn eine Mannschaft sich ja auch verbessert. Und wir sind spielerisch in den letzten Jahren in die Weltspitze gekommen. Wir haben uns da verbessert, weil nur mit deutschen Tugenden wäre es nicht gegangen, wäre es nicht mehr gegangen. Also wir mussten auch spielerisch zulegen. Und das haben wir gemacht. Das war für mich natürlich auch eine große Befriedigung. Aber das ist natürlich klar, das ist natürlich das Allerhöchste jetzt. Und der Mix macht es natürlich. Die deutschen Tugenden waren ja heute auch wieder dabei. Sie sind aber jetzt in einer Reihe mit Sepp Herberger, Helmut Schön, Franz Beckenbauer und Joachim Löw. Das sind die vier, die den WM-Titel geholt haben. Und es gab einige im Vorwege, die haben gesagt, also wenn man den WM-Titel holt, mehr kann man ja gar nicht erreichen. Aber kann man doch. Man kann diese Mannschaft noch weiterentwickeln. Tun Sie das? Kann man sicherlich, weil diese Mannschaft ist ja jetzt nicht irgendwie am Ende. Da gibt es vielleicht, ich weiß nicht, den ein oder anderen Spieler bei Miroslav Klose, muss man mal gucken. Aber ansonsten können alle... Er hat schon gesagt, er macht bis 40 ungefähr weiter. Ihm ist alles zuzutrauen. Ich wäre nicht überrascht. Ja, genau. Nee, aber diese Mannschaft hat natürlich immer noch Zukunft. Wir haben nur einige Spieler, die nicht dabei waren. Güntergan oder Marco Reus und so weiter. Und diese Mannschaft ist jung. Khedira und Özil und so weiter. Götze, also sind alles junge Spieler. Die haben sicherlich noch was vor sich. Das heißt, Sie machen weiter? Ja, jetzt heute Abend darüber zu reden, ist eigentlich... Ich habe einen Vertrag, klar. Wir wollen nicht gerade sagen, es ist eigentlich alles bereitet. Aber... Gibt es Zweifel? Nein. Nein, da muss man mit dem Präsidenten noch mal reden. Aber ich denke nicht. Ich denke nicht. Der hat schon gesagt, er ist erstens begeistert und zweitens voll davon überzeugt, dass das auch so weiter geht. Sie sind ja jetzt ein bisschen später heute gerade hierher gekommen, weil eine ganze Menge los gewesen ist in der Kabine, habe ich gehört. In der Kabine sind natürlich auch alle Dämme gebrochen. Und das ist klar, die Kanzlerin war da und der Bundespräsidenten haben kurze Ansprachen gehalten. Die Spieler, die jubeln natürlich. Klar. Und es sind keine Grenzen mehr gesetzt jetzt. Das heißt heute Feuer frei. Ich kann nur sagen, hat uns alle sehr mitgerissen. War ein anstrengendes Stück Arbeit für die Spieler und für sie. Kann ich mir nicht nur gut vorstellen, sondern haben wir auch gesehen. Wir können noch mal ganz kurz blicken über die Begeisterung in Deutschland. Haben Sie ja in der letzten Zeit auch immer wieder miterlebt. Es gab Riesenbilder aus Berlin von der Fanmeile. 500.000, dann wurde die geschlossen. Es ging nichts mehr. Und wie wir gerade uns überzeugen konnten, sind eigentlich die meisten auch immer noch da. Also Sie haben so einen kleinen Vorgeschmack auf das, was Sie erwartet am Dienstag. Die Spieler hingen in der Kabine. Wir fahren nach Berlin. Berlin, wir fahren nach Berlin. Dann wünsche ich eine gute Reise dahin. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Joachim Löw. Ganz herzlichen Glückwunsch. Danke Ihnen. Vielen Dank. Ja, und wieder weiter bitte oben mit Mimit Scholl und Matthias Oppenhoffel. Vielen Dank euch beiden. Und was sich hier auf dem Rasen tut in Maracanã ist auch allerliebst. Poldi spielt mit seinem Sohn ein bisschen Elfmeterschießen. So gesehen wie der kleine Hinhaut. Aber Wahnsinn, oder? Aber rechts. Rechts. Rechtsfuß. Das hat er nicht vom Papa. Aber das sieht schon mal gut aus. Aber dafür, dass er gerade mal doppelt so groß ist wie der Ball, nicht schlecht. Das ist in Ordnung. Mehmet, da wächst was an. Die nächste Generation wartet. Sehr gut. Netze sind schon weg. Das macht aber nichts. Nichts, weil die Pfosten reichen auch aus. Am schönsten ist, wenn Kinder Freude dran haben. Von frühester Kinder dann Freude dran haben, fleißig sein. Und dann wird es schon. Wir haben ja gerade gehört, also die haben... Ah, er war dran, er war dran, aber einfach Platz zu platziert. Wir haben ja gerade gehört, Bundespräsident war da, Bundeskanzlerin in der Kabine. Denkt man dann so als Spieler, jetzt einfach nur noch die Korken auf und raus damit und grölen. Und dann muss man sich natürlich, wenn so Staatsbesuch kommt, ein bisschen zusammenreißen. Wie war es bei dir, wie war es bei dir, 96? Helmut Kohl kam in die Kabine. Und? Das war... Ja, eng war es. Okay, und sonst? Ja, nett. Halten die sich da irgendwie dann zurück oder reden die dann wirklich richtig... Nein, ich glaube, das läuft dann nicht auf der... Ich glaube, das lief auch mit Helmut Kohl nicht auf der staatsmännischen Ebene ab, sondern wirklich entspannt. Und Jungs, ihr habt uns Freude gemacht und mir im Speziellen und alles gut. Also das nervt auch nicht. Und zur Not kann man sie immer noch übergießen. Das geht in der Situation geht das auch. Das ist alles... Das darf man. Alles erlaubt. Also bei Angela nicht, aber beim Rest. Ich glaube auch, dass sowohl Angela Merkel als auch Joachim Gauck trocken aus der Kabine rauskommen. Und jetzt hören wir uns mal und sehen uns mal die deutschen Reaktionen an auf diesen vierten Stern in unserem Telegram. Und dann der Versuch nach rechts draußen zu spielen. Total blank. Sehr gute Gelegenheit für die Argentinier. Igor in der Mitte. Und Tor! Aber Abseits! Aber abseits! Nie habe ich das Abseits mehr geliebt, Holif. Das allerbeste Abseits der Welt. Und die deutschen Fans haben die Hände gehoben. Haben sie Erwartungsschwanger in der Luft. Da nach vorn. Kopfball! Pfosten! Nein! Jetzt Günther Koch hören. Der Pfosten, der blöde Pfosten. Geh doch einen Schritt nach rechts, du Pfosten! Der Fußballgott ist halt kein Schalker. Auch nicht bei der WM. Der ist ja konsequent. Rückgesteckt auf Messi. Messi mit Ball am Fuß. Messi! Schuss! Und nein! Zwei, drei Tore! Kaum läuft das Spiel eine Minute lang erleide ich schon fast den nächsten Herzinfarkt. Der Ball landet bei Götze. Der nochmal zurück zur Schorbe. Und dann beide Fäuste hochgerissen. Nachschusschance für die deutsche Mannschaft. Abgewählt. Wir hätten uns zwei Tore bei Brasilien für jetzt aufsparen sollen. Und jetzt noch acht Minuten zu spielen in der Verlängerung. Danach gäbe es ein Elfmeterschießen. Und jetzt kommen sie nochmal die Deutschen über die linke Seite. Ball kommt in die Mitte rein. Die Möglichkeit für Götze. Tore für Deutschland. Mario Götze macht das 1 zu 0. Oh mein Gott, ich fasse es nicht. Noch sieben Minuten durchhalten und wir sind Weltmeister. Und jetzt ist Schluss. Deutschland ist Weltmeister. Und hier die Glöckszahlen. 1, 3, 7, 2, 0, 1 und 4. 13. Juli 2014. Wahnsinn. Und wir waren auch beim Public View. Ja. Wir waren nur dort. Richtig. Wir wurden gesehen. Wir waren nur vor der Scheibe. Grüße nach Berlin, wenn ihr alle noch da seid. Und überhaupt, wo große Leinwände aufgebaut sind. Wir freuen uns, dass die Stimmung in Deutschland so euphorisch ist. Ist ja auch klar. Sieben Spiele. Und dann kommt am Ende der Weltpokal um die Ecke. Wahnsinn. Sven Kaulbaas fasst das nochmal für uns zusammen. Da ist er. Da ist das, was mehr ist als nur ein Ding. Der Pokal, der vierte Stern, der Titel. Ein Foto für die Ewigkeit. Ein Trainer, der sich belohnt hat. Endlich Weltmeister. Der Torschütze Mario Götze. Eingewechselt. Eingeschlagen. Bastian Schweinsteiger, der getackerte Racker. Und all die anderen Weltmeister 2014, der 13. Juli. Mehr als nur ein Datum. Fünf Wochen ist es her. Die deutsche Mannschaft guckt etwas sparsam. Auf dem Weg die Rampe hinunter. Ab jetzt wird mit wachsender Begeisterung die Fähre benutzt. Es geht über den Rio Jau de Tiber. Deutschland sticht in die WM. Auf der anderen Flussseite Einzug ins Campo Bahia. Das deutsche Quartier im Bundesstaat Bahia, direkt am Atlantik, durchaus komod. Und am Meer. Mit dieser beruhigenden Wirkung findet der Bundestrainer offensichtlich Inspiration. Vielleicht fliegt ihm hier dieser spezielle Begriff zu. Mehr als nur eine Worthülse. Spezialkräfte. Und nicht etwa Fachkräfte. Von Beginn an spricht Löw mit Vehemenz. Nachdrücklich, eindringlich. Und immer dann, wenn er es ernst meint, erklingt der Doppelte Löw. Wir haben WM-Teilnehmer. 23 WM-Teilnehmer hier. Die alle in Alarmbereitschaft sein müssen. In größter Alarmbereitschaft. Und sie sind bereit, Alarm zu machen. Portugal, erstes Vorrundenspiel. 4 zu 0. Müller, Müller, Müller. Thomas Müller. Drei Treffer. Thomas Müller. Chance für Thomas Müller. Fast immer Tor. Sicher drin. Sein vierter WM-Treffer reicht gegen die USA. Und Miro Klose, einmal von der Leine gelassen, erzielt als spezialkräftiger Joker gegen Ghana den Ausgleich, sein insgesamt 15. 18. WM-Tor. Tor für Deutschland. Klose hat es gemacht. Da ist der Rekord. Nur, diese Leichtigkeit, die sich am Strand von Santo André vermittelt, täuscht. Sami Khedira unter dem neckischen Kopftuch gibt den Tritt seiner Verlobten gleich mal öffentlich weiter. Jetzt werden wir das Spiel schneller machen müssen, den Ball schneller laufen lassen müssen. Khedira meint das USA-Spiel. Ballkontrolle ja, aber es geht dann doch etwas sehr breit in die Breite. Und das mag er nicht, der Bundestrainer. Was wir verbessern können, optimieren können. Letzter Pass in die Spitze, ne? Dafür passt die spitzenmäßige Charmoffensive. Kontakt am Platz, in der Schule, in der Nachbarschaft. Und am Strand. Entspannt die Seele baumeln lassen, Punkte, Sympathiepunkte sammeln. Wir würden uns natürlich freuen, klar, wenn die neutralen Zuschauer oder die brasilianischen Zuschauer unsere Mannschaft unterstützen. Das wäre natürlich für uns auch eine große Freude. Freude kommt nicht so richtig auf. Manuel Neuer muss Kopf und Kragen riskieren Achtelfinale gegen Algerien. André Schürrle und Mesut Özil fixieren erst in der Verlängerung das mühevolle 2 zu 1. Die Diskussionen entbrennen. Um Mesut Özil, der sich eher verzettelt, als dass er verzaubert. Auch um Joachim Löw, der erst verletzungsbedingt umdisponiert. Philipp Lahm gibt sein Okay und wechselt von der 6 auf hinten rechts. Nein, 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 ich bin jetzt nicht derjenige, der absolut beratungsresistent ist. Wir hinterfragen uns ständig. Und Peer Mertesacker fragt nach dem Algerienspiel angesäuert. Mit geschwollenem Kamm. Was wollen Sie? Wollen Sie eine erfolgreiche WM oder sollen wir wieder ausscheiden und haben schön gespielt? Gehen Sie da mit? Also zum ersten ist eine WM oder so ein Turnier immer auch vor allen Dingen ein ergebnisorientierter Wettbewerb. Also am Ende muss man diese Spiele gewinnen. Road to Rio. Gewinnen, weiterkommen gegen Frankreich. Ein Viertelfinale ohne Hackespitze. 1, 2, 3 aber mit Philipp Lahm und sie riskieren. Kragen und Kopf, Kedira. Ich glaube, dass wir diese Art Fußball so durchziehen können und dann kann einiges klappen. Ein neuer Takt, vorgegeben vom Taktgeber, Löw trägt die Last und hat Lust mal umzubauen. Erstmals Mertesacker nicht in der Startelf. Egal. Was ich heute auf der Bank erlebt habe, war sehr nationell. Also das möchte ich auch nicht missen. Egal ob man Wasserträger ist oder Aufmunterer. Man muss diese Rolle ernsthaft annehmen. Wir sollten uns diese Besonderheit beibehalten. Und am besten bis zum Ende. Mit ganz besonderer Ruhe. Gelassenheit. Und dann über rechts, über links und ab. Durch die Mitte. Weiter schweben. Das 1 zu 0 gegen Frankreich verwischt schnell. Es kommt. Furios. Fett. Einfach. Fabelhaft. In Deutschland fliegen die Arme. Insgesamt siebenmal. Im Halbfinale. Knallt's. Die Gala von Belo Horizonte. Kein Land sehen sie, die Brasilianer. Toni Kroos. Zweimal. Kedira, Müller, Klose. WM-Treffer Nummer 16. Schürrle. Zweimal. Am Ende 7 zu 1. Brasilien. Vernascht. Verputzt. Verschluckt. Die haben mir dann irgendwo auch ein bisschen leid getan. Und ganz am Ende werden sie veralbert. Nur Deutschland spielt. Brasilien? Gar nicht da. Aber Vorsicht. Im allgemeinen Tumult. Die Ruhe bewahren. Wir wissen, dass wir noch nichts erreicht haben. Eine finale Fahrt. Mit der Fähre. Zum Abschied ein Feuerwerk. Damit es ein Feuerwerk werden möge. Abschied. Abschied aus dem deutschen Quartier. Freitagabend am Fähranleger von Cabralia. Den Brasilianern Tschüss sagen. Wird schon. Daumen hoch. Ja, es wird. Aber es dauert. Verlängerung. Alle platt. Da greift sich Joachim Löw den eingewechselten Mario Götze. Als wollte er sagen, los jetzt. Und es geht los. Schürrle. Der kommt an. Mach ihn. Mach ihn. Er macht ihn. Mario Götze. Das ist doch Wahnsinn. 113. Spielminute. Das Tor des Finals. Die Münder offen. Die Welt staunt. Ach was. Es ist so verdient. Ein Trainer und sein bester Mann. Bastian Schweinsteiger bekommt auf die Socken. Bekommt an den Kopf. Er wird getackert. Macht weiter. Und lässt dann einfach laufen. Schön. So schön. Die Nacht gehört dieser Mannschaft. Dem Trainer. Dem Team Deutschland. Die FIFA-WM im Ersten. Das Finale Deutschland gegen Argentinien. Die Übertragung präsentiert vom Sony Xperia Z2 Smartphone. Und Bitburger.